Fried Flack von Jules Verne Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fried Flack von Jules Verne Fried Fried, das ist der Wind, der heulend dahin fegt. Flack, der Regen, der in Strömen niederstürzt. Dies gräulich wütende Wetter krümmt die Bäume an der Wolsinischen Küste nieder und der Sturm prallt gewaltsam an die Bergwände von Grimma. Die hohen Felsgebilde werden unaufhörlich benagt von den Wogen des weiten Megalokride-Meeres. Fried Flack Im Hintergrund des Hafens versteckt liegt die kleine Stadt Lugtrop. Einige hundert Häuser mit grünlichen Jalousien, die sie mehr oder weniger gegen den Wind der Seeseite schützen. Sie zählt vier bis fünf bergige Straßen, mehr Schluchten als Straßen, die mit Strandkieseln gepflastert und zum Teil mit Schlacken aus einigen Eruptionskegeln wenig landeinwärts bedeckt sind. Der betreffende Vulkan, der Vangloa, erhebt sich nur unweit von hier. Während des Tages äußert sich der in seinem Inneren herrschende Druck durch das Emporwirbeln schwefliger Dunstmassen. Während der Nacht schlagen von Minute zu Minute lange lohende Flammen in die Höhe. Gleich einem Leuchtturme, dessen Licht auf 150 Kerzes weit hinaus strahlt, bezeichnet der Vangloa den Küstenfahrern, den Felsanen, Wärlichen oder Balanzen, deren Kiel die Gewässer des Megalokride-Meeres pflügt, die Lage des Hafens von Lugtrop. An der anderen Seite der Stadt starren noch einzelne Ruinen aus der krimaischen Epoche empor. Dort erhebt sich auch eine Vorstadt von fast arabischem Aussehen, eine Art Kaspar mit weißen Mauern, runden Dächern und von der Sonne durchgeglühten Terrassen. Es ist eine Anhäufung blind-links hingeworfener Steinfierecke, ein richtiger Haufen von Würfeln, wie sie zum Spielen dienen, deren Augen durch die Patina der Zeit verwischt wären. Unter anderem bemerkt man die 6-4, ein Name, den die Leute einem wunderlichen Bauwerke mit viereckigem Dache gegeben haben, das an der einen Front sechs, an der anderen vier Öffnungen zeigt. Ein viereckiger Glockenturm überragt die Stadt, der Turm der St. Fisillen-Kirche, deren Glocken in Mauerspalten aufgehängt sind, so daß der Orkan sie in Schwingung setzen kann. Das ist immer ein schlimmes Vorzeichen, und wenn es geschieht, dann hat man Furcht im Lande. Das ist Lugtrop. Daneben gibt es auf dem Lande verstreute Wohnstätten, eigentlich nur elende Hütten, inmitten von Ginstergestrüpp und Heidekrautflächen, etwa wie in der Britannie. Sind wir in Frankreich? Das weiß ich nicht. In Europa? Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls suche man Lugtrop auf keiner Landkarte, nicht einmal im großen Stieler. Frock An der links, an der Ecke der Messaglierstraße gelegenen Tür des 6-4-Hauses ertönte bescheidenes Klopfen. Es ist eines der vornehmsten Häuser, wenn man von einem solchen in Lugtrop dieses Wort gebrauchen kann, und eines der reichsten, wenn der Umstand, Jahr aus, Jahr ein, einige tausend Fretzers zu verdienen, Reichtum genannt werden kann. Auf dieses Klopfen antwortete ein wütendes, mit geheul vermischtes Bellen, als rühre es von einem Wolfe her. Dann öffnete sich ein Schiebfenster über der Türe des 6-4-Hauses. »Zum Teufel mit dem Störenfried!« rief eine unangenehme, brummige Stimme. Ein junges, von Regen fröstelndes und mit einer schlechten Hülle bekleidetes Mädchen fragte, ob der Doktor Trifulgas zu Hause sei. »Er ist da oder nicht, das kommt auf den Umstand an.« »Ich komme wegen meines Vaters, der im Sterben liegt.« »Wo stirbt er denn?« »Da, in der Richtung des Kanintales, vier Kerzes von hier.« »Und er heißt?« »Wort Kartiv!« »Es ist ein hartherziger Mann, dieser Doktor Trifulgas, der keine Teilnahme kennt und seine Hilfe nur gegen Vorausbezahlung gewährt.« Sein alter Hurzhof, ein Bastard von Bulldogger und Spürhund, besaß vielleicht mehr Herz als er. Das gegen arme Leute ungastliche 6-4-Haus öffnete sich nur für die Wohlhabenden und Reichen. Hier ging übrigens alles nach Tarif. So viel für den Typhus, so viel für eine Kongestion und so viel für eine Herzbeutelentzündung und für andere Krankheiten, welche die Ärzte ja dutzendweise erfinden. Der Kringelbäcker Wort Kartiv war aber ein armer Mann und von niedrigem Herkommen. Warum sollte sich da der Doktor Trifulgas belästigen und noch dazu in einer solchen Nacht? »Schon allein, daß ich aufstehen mußte,« murmelte er, »sich wieder niederlegend, müßte mindestens zehn Fritzers kosten.« Kaum waren zwanzig Minuten verflossen, als der eiserne Hammer an der Tür des 6-4-Hauses aufs Neue anschlug. Mit einer Verwünschung erhob sich der Doktor wieder aus dem Bette und rief zum Fenster hinausgebeugt in die Nacht draußen, »Wer ist da?« »Ich bin die Frau des Wort Kartiv.« »Des Kringelbäckers aus dem Karnintale?« »Ja, und wenn Sie es abschlagen, mitzukommen, wird er sterben.« »Nun gut, da würden Sie eben zur Witwe.« »Hier sind zwanzig Fritzers.« »Zwanzig Fritzers!« »Um bis nach dem Karnintale vier Kerzes von hier zu gehen.« »Thun Sie es aus Barmherzigkeit!« »Gehen Sie zum Teufel!« Das Fenster klappte wieder zu.« »Zwanzig Fritzers!« »Zwanzig Fritzers!« »Das wäre eine Aussicht!« »Dessen Gicht!« »Dessen Gicht sich so hübsch mit fünfzig Fritzers für jeden Besuch ausbeuten läßt.« Mit dieser höchst angenehmen Aussicht schlief Dr. Trifulgas noch fester als vorher wieder ein. »Fried!« »Flack!« »Dann lauter schon!« »Frock!« »Durch das Toben des Sturmwindes tönen jetzt drei schon mit entschiedener Hand geführte Türhammerschläge.« Der Doktor schlief. Er erwachte von dem Schall, aber in welcher Laune. Als das Fenster aufging, drang der Orkan gleich einem Kartetschenhagel ins Zimmer. »Ich komme wegen des Kringelbäckers.« »Immer wieder dieser Unselige!« »Ich bin seine Mutter.« »Meinetwegen können Mutter, Frau und Tochter mit ihm zur Hölle fahren.« »Er hat einen schlimmen Anfall gehabt.« »Nun, so mag er sich wehren.« »Wir haben«, fuhr die alte Frau fort, »als Anzahlung auf unser Haus, das an den Reihenfahrer Dontrup in der Messaglierstraße verkauft ist, etwas Geld erhalten. Wenn sie sich nicht erweichen lassen, zu kommen, wird meine Enkelin sehr bald keinen Vater, meine Tochter keinen Ehemann, und ich, ich werde keinen Sohn mehr haben.« Es war bedauerlich und schrecklich zugleich, die bittende Stimme der Alten zu hören, sich vorzustellen, dass der kalte Wind ihr das Blut in den Adern erstarren ließ, dass der Regen ihr selbst die Knochen unter dem mageren Fleisch durchnäßte. »Ein Anfall, der kostet zweihundert Fretzers,« antwortete der herzlose Trifulgas. »Wir besitzen nur hundertzwanzig.« »Dann gute Nacht!« Und wiederum schloß sich das Fenster. »Doch, wenn man's recht überlegt, hundertzwanzig Fretzers für einen Weg von ein und einer halben Stunde und einen halbstündigen Krankenbesuch, das macht immer noch sechzig Fretzers die Stunde, einen Fretzer die Minute. Es ist zwar nur ein geringer Profit, aber doch nicht ganz zu verachten.« Statt sich also noch einmal niederzulegen, schlüpft der Doktor in seinen dicken Flausrock, zieht sich große, wasserdichte Stiefeln an, hüllt sich in seinen Mantel, stülpt den Schlapphut, der ihm die Ohren schützt, auf den Kopf und steckt die Hände in warmhaltende Handschuhe. Die Lampe bleibt brennend auf dem Tische neben einem großen Buche stehen, von dem die Seite 197 aufgeschlagen ist. Dann stößt er die Tür des Sechs-Vier-Hauses auf und sieht sich auf der Schwelle stehend um. Die Alte ist noch da und lehnt sich, entkräftet von achtzig Jahren elenden Lebens, auf ihren Krückstock. »Nun, die hundertzwanzig Fretzers!« »Hier sind sie, und Gott vermehre sie ihnen hundertfältig!« »Gott! Geld von Gott! Hat schon je einer gesehen, wie das aussieht?« Der Doktor pfiff nach dem Hurzhof, gab ihm eine kleine Laterne ins Maul und schlug den Weg nach dem Meere zu ein. Die Alte trippelte ihm nach. Das war ein Wetter voll Fritz und Flachs. Die Glocken der St. Fisillen-Kirche werden von dem Sturme in Schwung versetzt. Schlechtes Zeichen, doch Dr. Trifulgas ist nicht abergläubisch. Er glaubt an nichts, nicht einmal an seine Wissenschaft, wenigstens nur insofern, als sie ihm etwas einbringt. Ein abscheuliches Wetter und ein gräulicher Weg, Strandkiesel und Schlacken, die Strandkiesel schlüpfrig von Varek gezweig und die Schlacken unter dem Fuße knirschend wie Hammerschlag. Nirgends ein Licht außer dem unbestimmten, zitternden Scheine von Hurzhofs Laterne. Manchmal schießt nur aus dem Vanglor eine Flammengarbe auf, in deren Mitte ungeheure, fratzenhafte Schattenbilder zu schaukeln scheinen. Man weiß in der Tat nicht, was sich in der Tiefe dieser unergründlichen Krater eigentlich befindet. Vielleicht die Seelen einer anderen Welt, welche beim Austreten verdunsten. Der Doktor und die Alte folgen den Krümmungen der kleinen Buchten des Ufers. Das Meer schimmert weiß, so weißbleich wie das Weiß der Trauer. Es erglänzt, wenn es Kämme bildet, in der phosphoriszierenden Linie der Brandung, welche leuchtende, zitternde Funken auf den Strand zu werfen scheint. So wandern beide hin bis zu einer scharfen Biegung des Weges zwischen den wellige Täler bildenden Dünen, deren Kiesel und Binsen sich untereinander reiben und stoßen als klirrten Bajonette aneinander. Der Hund hat sich seinem Herrn genähert, als wollte er zu ihm sagen, »He, wieder hundertzwanzig Fritzers in den Kasten zu stecken! So rafft man Schätze zusammen! Das gibt wieder eine Flasche Wein mehr, eine weitere Schüssel beim Abendessen und auch eine Pastete mehr für den treuen Hurzhof. Immerzu und reiche Leute behandelt und ihre Börse geschröpft!« Hier angelangt, bleibt die alte Frau stehen. Mit zitterndem Finger zeigte sie durch das Dunkel nach einem rötlichen Licht, das schimmerte aus dem Hause Wort Kativs des Kringelbäckers. »Dort«, erkundigte sich der Doktor noch einmal. »Ja«, erwiderte die Alte. »Hronna«, heulte der Hund Hurzhof. Plötzlich kracht ein Donnerschlag aus dem bis in seine grundfesten, erschütterten Vanglor. Ein Bündel rauchiger Flammen züngelt, die Wolkendecke durchbrechend, bis zum Zenit empor. Der Doktor Trifulgas ist von dem Krachen zu Boden geworfen worden. Er flucht wie ein Rasender, steht mühsam auf und blickt umher. Die Alte ist nicht mehr hinter ihm. Ist sie in einer Öffnung des Bodens versanken oder durch die in dichten Wolken sich durcheinander wälzenden Dunstmassen entflohen? Der Hund befindet sich noch an der Stelle. Er steht auf den Hinterpfoten mit offenem Maule. Die Laterne ist erloschen. »Immer vorwärts«, brummt Doktor Trifulgas. Der ehrliche Mann hat seine 120 Fretzers erhalten. Er muß sie auch verdienen. Auf die Entfernung einer halben Kerze nur ein leuchtender Punkt. Das ist die Lampe des Sterbenden, vielleicht des Toten. Ja, dort erhebt sich das Haus des Kringelbeckers. Die Alte hat mit dem Finger danach hingewiesen. Ein Irrtum ist nicht möglich. Inmitten der pfeiftenden Fritz und der durch das Getöse des Sturmes klatschenden Flachs stolpert und quält sich der Doktor weiter. Immer deutlicher tritt das inmitten offenen Landes gelegene Haus aus der Dunkelheit hervor. Es ist merkwürdig zu sehen, wie sehr es dem des Doktors, dem Sechs-Vier-Hauses in Lugtrop, ähnelt. Dieselbe Anordnung der Fenster und der Fronte, sogar dieselbe kleine Bogentür. Der Doktor Trifulgas beeilt sich, so gut es das Wetter zuläßt. Die Tür steht angelehnt, er braucht sie nur aufzustoßen. Er stößt sie auf, tritt ein und der Wind wirft sie ungeschlacht hinter ihm zu. Draußen heult der Hund Hurzhof und ist dann zeitweilig wieder still, wie der Kantor, wenn die Litanei gesungen wird. Sonderbar! Man möchte sagen, Doktor Trifulgas sei in sein eigenes Haus zurückgekommen. Verirrt hatte er sich aber jedenfalls nicht, hatte keinen Weg im Bogen gemacht. Er befindet sich bestimmt im Karnintale, nicht in Lugtrop. Und doch, hier ist ganz derselbe niedrige, gewölbte Korridor, dieselbe hölzerne Wendetreppe mit dicker, vom vielen Anfassen abgenützter Leitstange. Er geht hinauf, kommt nach einem Absatze, steht dann vor der Tür, durch welche, ganz wie im Sechs-Vier-Hause, unten ein Lichtschein hindurchdringt. Ist es eine Sinnestäuschung? In dem schwachen Lichtschein erkennt er sein Zimmer wieder, zur rechten das gelbe Kanapé, zur linken die Birnbaumkommode, den eisenbeschlagenen Geldkasten, in den er die 120 Fretzers zu versenken gedachte. Da ist auch sein Lehnstuhl mit den lederüberzogenen Kopflehnen, der Tisch mit den gedrechselten Füßen und darauf, neben der schon halb erlöschenden Lampe, das dicke Buch, von dem man die Seite 197 aufgeschlagen sieht. »Was hab ich denn?«, knurrt er. »Was er hat?« »Er hat Furcht. Seine Pupille ist erweitert, sein Körper zusammengezogen, wie verkleinert. Ein eisiger Schweiß durchkältet ihm die Haut, über welche eisige Schauer laufen.« »Aber so eile doch! Aus Mangel an Öl wird die Lampe erlöschen, der Sterbende auch!« »Ja, das ist das Bett. Sein Bett mit Säulen, mit Baldachin und eben so breit wie Lang, geschlossen mit großblumigen Vorhängen.« »Ist es denkbar, daß es das Siechenbett eines armseligen Kringelbäckers wäre?« Mit zitternder Hand ergreift Dr. Trifulgas die Vorhänge, er zieht sie zurück und blickt hinein. Den Kopf außerhalb der Pfühle liegt der Sterbende unbeweglich, als hätte er eben den letzten Atem ausgehaucht. Der Doktor bückt sich über ihn. »Ah, welcher Aufschrei, dem draußen das unheimliche Gebell des Hundes antwortet!« »Der Sterbende?« »Das ist nicht der Kringelbäcker-Wortkativ.« »Das ist ja der Dr. Trifulgas.« »Er ist es, der einen Schlaganfall erlitten.« »Er, er selbst!« »Eine Gehirnapoplexie mit plötzlicher Ansammlung wässeriger Flüssigkeiten in den Gehirnhöhlen und mit Lähmung des Körpers auf der, dem Sitze der Verletzung entgegengesetzten Seite.« »Ja, er ist es, der nun selbst im Sterben liegt.« »Der Dr. Trifulgas ist wie von Sinnen. Er fühlt sich verloren.« »Die Zufälle des Kranken mehren sich von Minute zu Minute.« »Nicht allein die willkürlichen Bewegungen werden weiter und weiter gelähmt.« »Auch der Herzschlag und die Atmung fangen schon an, auszusetzen.« »Und doch hat er noch nicht völlig das Bewußtsein eingebüßt.« »Was tun?« »Die Blutmenge durch einen Aderlaß vermindern?« »Der Dr. Trifulgas ist tot, wenn er zauderte.« »Jener Zeit ließ man noch fleißig zur Ader, und ganz wie heute heilten die Ärzte von einem Schlaganfalle alle diejenigen, welche nicht daran sterben.« »Der Dr. Trifulgas ergriff sein Besteck, holte die Lanzette heraus und öffnete eine Vene seines zweiten Ichs.« »In seinem Arme fließt kein Blut mehr.« »Er frottiert ihm energisch die Brust.« »Die Bewegung der Seinigen hört dafür auf.« »Er wärmt ihm die Füße mit heißen Steinen.« »Die Seinen werden dabei eiskalt.« »Da erhebt sich sein Doppelgänger noch einmal, dreht sich ein wenig um und fängt an zu röcheln.« »Der Dr. Trifulgas stirbt, trotz aller Hilfsmittel, die ihm die Wissenschaft liefern kann, unter seinen eigenen Händen.« »Fried, Flack« »Am Morgen fand man im Sechsvierhause noch einen Leichnam vor, den des Dr. Trifulgas.« »Er wurde aufgebahrt, und man fuhr ihn mit großer Feierlichkeit nach dem Friedhofe von Lugtrop, nach so vielen anderen, die er Legeartis vorausgesendet hatte.« Was den alten Hurzhof betrifft, so geht von ihm das Gerücht, er streife mit der wieder angezündeten Laterne im Lande umher und heule, wie ein herrenloser Hund zu heulen pflegt.« »Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Es kommen aber im Lande Wollsinien und vorzüglich in der Nähe von Lugtrop gar merkwürdige Dinge vor.« »Übrigens wiederhole ich, dass niemand diese Stadt auf einer Karte suche. Die besten Geografen haben noch nicht darüber einig werden können, unter welchem Breitengrade, nicht einmal unter welchem Längengrade sie liegt.« Ende von Friedflag von Jules Verne